Ja, sind sie. Servus, Leute. Willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Rebirth II Sisters Generation. Ich habe Zelda wieder losgeschickt gerade und werde jetzt gleich nach Leanbox aufbrechen. Ja, Player 2, wer kann das wohl sein? Da vielleicht doch nicht. Genau, da muss ich hin. In Leanbox war ich ja. Da war ja, glaube ich, im letzten Part... Moment, im letzten Part, da ging es mir nicht so gut. Da erinnere ich mich jetzt wieder an den vorletzten... Also, entweder im vorletzten oder im letzten Part war es so eine verdächtige Person. Hust, hust. Eine nicht vertrauenswürdige Person. Oh, gut. Machen wir erst mal. Ja, die Sonnenblumen überlebt, das garantiert nicht. Was? Sie haben es überlebt? Ich komme nicht vorbei. Hau ab. Toll, das Vieh da hinten erwische ich mich nicht. Let's turn. Die ganze Zeit. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich diese Red nicht so wirklich. Ich meine, es ist nicht so, dass ich sie hasse, aber... Sie ist irgendwie ein bisschen... Na ja, seltsam. Okay. Sonnenblume! Ich dachte, ich erwischte... Da erwischte ich nicht. Was ist das? Pumpkin. Soll es ein Kürbis sein? Ich dachte erst, du wirst einen Honigtopf. Das ist seltsam. Was? Warum hast du überlebt? Oh. Ja, genau. Greif zweimal an. Wie man gelernt hat, die Ohrfeige macht Mega-Guard-Damage. Toll, verfehlt. Warum hältst du so viel aus? War nur eine Blume. Ihr kriegt zu viert keine Blume tot. Ich meine, da muss man einfach nur hingehen und sie ausrupfen. Okay, es ist ein Special Flower. Okay. Oh! Er, Drachysation. There! I bet that's the monster Miss Chica told us about. Yeah, but um... Doesn't it look really tough? It can't be silly. Miss Chica said herself that it shouldn't be hard for someone cool like me. I'll handle this one myself. So you can all wait here. Hey, wait! What did I tell you about keeping your guard up? I'm very sorry, but today is the day you will die. Hi-ya! War nur. Huh? Oh. Um, all right. Now I'll get serious. Hi-ya! War nur. What the goodness? My attacks are ineffective. Hey! Wait a moment, please. I wasn't quite ready, so... Watch out! Huh? What? Stand aside. I'll handle this. Wow. A one-hit kill. Let today be a lesson to you. Never rush into battle and underestimate your opponent. Yes, ma'am. Are you okay, Gigi? Who the heck was with your bravado, dear? I'm sorry. But this lady saved me right when things were looking grim. Yeah, I watched the whole thing. Sorry about our hot-headed kid. Worry not. All part of the job. If I may ask, who are you? What brings you all here? The Oracle asked us to come. She said the monster wouldn't be that hard. The Oracle? Chica said that? Was there anything... Amiss about the way she was acting? She was 100% sketching you! I see. What has gotten into her, I wonder? Mind telling us a bit about what's happening in Leanbox? We're clearly underprepared. Gladly. Introductions ought to come first, though. I am Cave, a Leanbox native. Hello, I'm Nepgear. Thank you for saving me. Nepgear? The same Nepgear as the CPU candidate of Planet Toon? That's me. Sounds like you've got a pretty good information network. You wanted to know the situation here in Leanbox, correct? As you are surely aware, Leanbox has been without a CPU for three years now. ASIC took advantage of that fact and built a presence here, gaining strong support from the people. Without any kind of CPU? Chica has done her best to keep some semblance of control. But that changed a few days ago. Keep talking, you! Chica dissolved regulations meant to keep ASIC at bay. Our four can now be worshipped without reprimand. Huh? Why would an Oracle do something like that? If I were an optimist, I would say it was to improve living conditions in our nation. Place one's faith in ASIC. And one will be assured safety in their day-to-day life. And if you're a pessimist? Insanity, perhaps. I cannot fathom what has come over Chica these past few days. Hmm. Something about that phrase, these past few days, is bugging. That is all the information I am able to share for now. I would rather not report assumption as fact. That's fine. Thanks. You gave us a lot of great info. If you will excuse me, I must return to my post. May we meet again. The Oracle seems even more sketchy now. Super sketchy, new! After hearing that, it's very hard to say that we should continue to trust Miss Chica. I'd rather not think of any Oracle as being a bad person. But what if she is? Do we have to beat her up too? If only it were that simple. Let's get more info before we make any sort of move. Das ist doch schon klar, was hier passiert. Dieser Anderling, Frau, was auch immer, hat sich in eine Verkleidung geworfen und hat das Oracle limitiert. Wahrscheinlich das wirkliche Oracle irgendwo eingesperrt oder so. Oder durch irgendeine Aktion abgelenkt. Das ist ja alles so offensichtlich. Dass sie darauf nicht kommt. Ich meine gut, Ify eventuell schon, aber der Rest, meh. Super, das ging schnell. Ja, komm her. Ich will dich haben in der Gruppe, du bist overpowered, du Sau. Es fängt schon wieder super an. Die beiden sind echt wie Neptun und Noah, nur eben in Kinderform. Ja, okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich bin hier für wahrscheinlich die gleiche Grunde, wie du bist. Ich holege so viele shares wie möglich. Ich habe gedacht, dass... mit kein CPU-CPU... Ich kann hier viele shares mit wenig effort. Wie hat das funktioniert für dich? Ich kann hier nicht mehr gut sein. Ich kann hier nicht mehr gut sein. YUNI! Awww, sie weg von mir. Auch sie war über diesen Oracle. Sie hat nur von sketchigem bis zu voll-blown modernen Art. Wir brauchen nur noch ein ganzes Stück von Informationen, um unseren Fall zu machen. Aber wir können nicht sicher sagen, dass Frau Chika falsch ist, ob wir? Ja, aber Frau Chika ist noch nicht dabei, um zu sehen, wie schlecht es sind. Hallo, alle! Hören meine Song! Huh? Woher kommt das? Wooo! Ein Konzert der Straße! Wir werden sehen, okay? Aber keine Zeit für... Ach so, nicht wie wir noch mehr Leads im Moment haben. Knowing, wann zu resten ist sehr wichtig für Ihre Gesundheit. Vielen Dank für heute kommen! Sie haben mir die Energie, die ich um zu singen. Diese nächste Song ist meine persönliche Lieblung. Also hoffe ich, dass Sie es lieben. Es ist eine sehr spannende Song. Ja. Alle? 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 Es ist kalt, und zu hören ihre Sprache. Es ist schwer zu glauben, dass das gleiche Lieblung ist, dass sie überrascht werden. von ASIC. Liebe? Ja, sie wird meine Frau! Hey, ich habe gerade etwas gesehen. Was ist denn, Iffy? Ich habe gerade zu relaxieren. Ich kann es nicht sehen. Ich glaube, ich muss es zu beantworten. Oh, wo geht's? Der Konzert ist noch nicht vorbei. Wir halten unsere Energie! Zeit für die nächste Song! Hahaha! Ich werde diese dumme Frau für sicherlich sein. Ich kann es warten, um zu sehen, diese Bimbos zu sehen. Gee, so sorry für ein Bimbos zu sein. Was? Oh, bist du ernsthaft? Was sind diese Idioten hier? Wie kann man versuchen, zu schrauben meine Wife-Kandidaten? Keine Erschung für dich heute. Nicht mein Tag, ist es? Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Tschüss, Twerps. Hey, ich habe gesagt, kein Erschung. Ich bin zu schrauben, ich bin zu schrauben. Geht es, sich zu verabschieden! Wow, was ist dein Weg? Sei so hart, das Schrauben! Owie! Ich bin so sorry. Bitte, dass wir uns vorbei sind. Um, bitte, dass wir uns durch. So viele Körper körperchen, stüren auf meine Schwung. Wie eine große Pulse für menschliche Pudding. Ist etwas falsch hier drin? Wer hat jemand anderes geschafft, zu übervast die Leistung? Hey, warum bist du hier? Oh, es ist du. Wollt ihr alle versuchen, um diese Konzert zu verhindern? Das ist der, der Probleme macht. Wir versuchen sie einfach zu holen. Ich verstehe. Lass die Chasing zu mir. Calm down und stoppen zu machen. Whoa, schau mal das. Sie ist schnell auf ihren Futsen. Sie sollte sich in den anderen knacken. Sie Modell muss eine sehr schwelle Box für Hits-Detektion, Mew. Sie scheint zu verabschieden, so können Sie es mit ihr verlassen, so wie sie sagte. Vielen Dank, alle! Ich liebe euch alle! Oh, das Konzert ist vorbei! Dank an Underling habe ich ein gutes Zeichen gefehlt. Oh, warst du bereit, den Evel-Doer-Kate? Meine Entschuldigung. Sie hat mich verabschiedet. Wow, naja, so wie es ist. Sie ist wirklich zeigen ihre ungewöhnliche Fähigkeiten zu gehen. Ich glaube, dass du sie mit ihr verabschiedet bist? Ja, ja. Frau Unterling hat sehr oft in unsere Weg gebracht. Louis wurde nearly verabschiedet wegen Unterling, you. Unterling? Ist das ihr offiziell Name? Ja, das ist. Ja, definitiv. Ich verstehe. Also, dieser Unterling kam zu Leanbox von Louis. Wieder, ich bin Kade, Mitglied der Regal Regiment von Defense für den Specialen Missions Team. Mitglied der R.R.O.D., hm? Wow, das klingt nicht wirklich cool? Das klingt wie eine Art Speciale Taskforce. Wenn nur. So kurz wie wir sind, alles wir können, ist zu verabschieden und die Verabschiedung von Leanbox. Auf jeden Fall. Ich habe mich wiederentwickelt, weil ich eine Formale Reaktion habe. Kannst du uns deine Hilfe geben? Wie? 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 Insofern. Wie? 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 Das ist auch immerbiautig ein! Ich hoffe, sie wollen sie auch fickeln. Ich freue mich rechtenting, Frau Nefgeier. begrüßt private, Frau Nefgeier! Danke, R.O.D.: , tweet von ihrem lighting neces zu vor. Wir kommen... ...zulgen zu金uern. draft staffen? Wir beide arbeiten sehr hart, dann. Aber Frau Nepgear, du bist sehr hart. Also, ich möchte... Huh? Jetzt wissen wir, okay? Wir sind beschäftigt, also wir uns allein. Verpacken hier nicht so einfach wie du denkst. Huh? Was das bedeutet? Are for... Worship... Re... 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 Repeal? Dude, ich kann nicht sagen. Did du understand, Ron? Um... Nuh-uh. These kids can't say a hard word, do you? Don't make fun of us, dummies! All this means is that the Chica person is a giant bully, right? Were it only so simple, her attitude and actions have shifted over the past few days. It is still too early in this investigation to deem her the giant bully, as it were. O-Okay, but... Oh, I get it! I bet the Chica there now is a big fat phony. A phony? Yeah! Like how bad guys can dress up and pretend to be a good guy? Makes sense, huh? We read that. In a picture book. That's pretty unlikely. I mean, out of all of us, Cave would have noticed if she was a fake by now. No, I probably would not notice. What? I remember people mainly as general body shapes. If they look similar, I am confident I would not notice. This isn't a good thing to be confident about, though. So... So, um... We should look into this, Mew. But how? We don't know how Miss Chica used to act. Maybe Uni does. It's possible that she talked with Miss Chica at some point in the past, right? Sounds good to me. Let's find her. Just hope she can set her stubborn nature aside and help us. Want to come with us, Ram and Ram? Yeah, together. No stupid Ram! We're so busy! We don't care about some dumb ornacle person. Do it yourself! Oh, maybe next time then. Wow, ganz schön viel Text. Ja, und diese... Ich weiss nicht, ob es Ram oder Ram ist, aber die, die frecher ist, die geht mir langsam auf den Zeiger. Ich hoffe, die andere setzt sich irgendwann durch und sagt ihr ordentlich die Meinung. Hmm, du denkst, dass Oracle ist gefälscht? Ja, hast du jemals Miss Chica vor ihrer Veränderung getroffen? Informatiell. Aber ja. Sie hat mich nicht niedergeschlagen, also sie hat sich nicht preisgegeben als der Typ, der sich von ASIC überrennen lässt. Könntest du bitte kommen? Könntest du, ja, bitte mit uns kommen und sie nochmal treffen? Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Und bitte sei nicht stur, komm mehr, komm einfach mit, sag einfach ja. Ich brauche ja auch deine Hilfe. Wenn ich nur die Kapazität... Achso, wenn ich nur die... Ja, komm schon. Ich sag jetzt mal Fähigkeit. Hätte mir Gesichter zu merken, dann wäre es zumindest... Ja, das wäre es, dann wäre es das Mindeste. Nein, warum würde ich jemals auch dir helfen wollen? Na, da bist du unsere einzige Hoffnung. Bitte, bitte, bitte. Ich bin eure einzige Hoffnung, hm? Wie sie guckt? So, hm, hm, ich bin die einzige Hoffnung. Ich lasse dir das ja nicht zu Kopf steigen. Nun, wenn ihr mich so sehr braucht, dann denke ich vielleicht, hm... Du wirst uns helfen. Das kann ich schon sagen. Ja, warum nicht? Überlasst, das war eure einzige Hoffnung, um zu sehen, ob das Orakel ein Hochstapler ist. Okay, okay, jetzt muss ich aber zwischendurch safen. Ich meine, ja, ich kann das alles schnell überspringen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn ich diese andere Frau, diese Geheimdienstfrau oder was auch immer sein soll, jetzt auch dabei habe... Uh, dann habe ich schon mal plus zwei. Rahm und Rahm, okay, dann habe ich schon mal mindestens eine Person auf Reserve. Reserve. Oh, ja, ich muss wiederholen meinen Tag in dieser Geheimdienstfrau sein. Ich liebe diese Art von Krab. Hallo? Ist Frau Chika hier? Krab! Ja, ich bin genau hier. Gut, über die Zeit. Wir haben nicht versucht, dich zu finden, seitdem du diesen Monster verletzt hast. Ich dachte, dass du weg bist. W-W-W-Was? Ich bin weg? Ich würde niemals... Oh, genau! Du sagst, dass du uns alles über die Maske, als wir zurückkommen sind. Also, wie geht's das? Oh, genau! Also, wir sind es jetzt investigiert, und... Ah, der dumm Brut! Ich meine, der CPU-Kandidat von Last Station. W-W-Was bringt dich hier? Oh, du weißt, wer ich bin? Ich bin froh. Das ist unsere erste Mal im Gespräch. Uh, um... Well, als Oracle, es ist meine Aufgabe, um alle CPU-Kandidaten zu holen. Also... Sie hat sie wirklich verletzt dich vorhin? Ugh, ich bin wirklich verletzt von mir jetzt. Wenn meine Intuition ist korrekt... Oops, mein Fehler. Wir haben ein paar Mal, nicht wahr? Oh, was? Wirklich? Mann, ich habe Angst mit Amnesie oder so. Ich bin nicht verletzt von dir. Wer würde mich nicht verletzt, mich zu verletzt von so viel zu verletzt? Wie wär das überhaupt nicht verletzt? Wie wär das überhaupt nicht verletzt? Das schrecklich ist, dass ich mich verletzt von dir bist, was... Was das du, Frau Sunderling? Das ist so großartig, Uni! Wie hat sie sich verletzt? Sie müssen mich verletzt. Ich möchte wissen, wie du sie verletzt hast. Ich meine, das ist unglaublich beinahe. Ich versuchte sie zu sehen. Auf Wiedersehen, meine schwersten Kredenzen. Verdammt, du hast du gesehen, durch meine Geschmack. Aber es prügt, dass viele von dir so dumme wie Rocks sind. Wenn du bist ein Impostor, dann wo ist die reale Chika? Entschuldigung! In der Hölle stehe! Ich habe alles, was ich von diesem Ort brauchte. Also bin ich weg von hier. Later, idiots! Entschuldigung! Wir müssen die Chäse geben. Ich muss die Chika aus der Hölle von ihr, auf alle Kosten. Entschuldigung, zurück hier! Hey, warte! Sie sind alle den großen Heroin des Tages im Hintergrund, ohne ein Danke? Nicht wie ich wollte, dass ich sie gegründet habe und gefragt, dass sie sie oder was. Arme Uni! Aber ich preise sie schon. Und ja, sie ist tatsächlich wahrscheinlich die Intelligenteste von den allen hier. Sie ist auch die Mächtigste irgendwie. Weil sie ist overpowered. Ich meine sie ist hübsch, sie ist intelligent und sie ist overpowered. Also was braucht man mehr? Na gut, ein bisschen jung, aber naja. Muss ja nix heißen. Find sie trotzdem niedlich. Ah. Überall Informationen. Ja, du mit deinem Auto. Fuck, jetzt habe ich nicht gelesen! Ah! I love you, genau! Okay, da unten müssen wir hin, aber ich gucke erstmal noch Pläne an. Item Change, warum sollte ich das machen wollen? Paralyse, ja. Ich könnte eigentlich ziemlich viel für den Shop kreieren, aber ich weiß nicht, ob ich die ganzen Dinge noch brauche. Wofür diese Pigmente sind, habe ich keine Ahnung. Na gut, jedenfalls werde ich jetzt hier einen Schnitt machen. Das war Hyperdimension Neptunia Rebirth 2. Sistis Generation. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!